große wuff wuff das ist der bello das magische tier von witzburg von der schule der magischen tiere 4 voll cool der bello der kann reden vielleicht wenn er will er hat sich jetzt zum riesen stofftier verwandelt lol hier wird gelacht und gequagt und gebellt echte freunde kommen auf allen vieren die tierischste schule der welt herzlich willkommen meine damen und herren treten sie ein bitte kommen sie doch her schauen sie sich um hier können sie was erleben magische tiefe die reden hier fahrt der schrein hier steht der bär der in dieser schule geht es nicht um die noten hier geht es um uns für erwachsene verboten sie sind für dich da wenn du sie brauchst wenn du sie glaubst das ist die schule der magischen tiere